Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir sind heute nicht alleine, sondern haben den lieben Nilo mit dabei. Hallöse. Und ja, heute gibt es ein Fragen- und Antworten-Video. Und wir zögern gar nicht lange und fangen gleich mit der ersten Frage an. Ihr kommt bei uns mit dem Hashtag TRIBO, Fragen stellen, also TROBO und Nilo. Und da kommt ein bisschen was rum und wie ihr vielleicht wisst, wir sind in Köln, also bei dem lieben Unge. Und da ist auch was in Planung, das kommt aber später noch dazu. Auf jeden Fall hat er jemand eine Frage gestellt, nämlich die Marleen01234, at TROBO und at NICHT Nilo. Ähm, Hashtag TRIBO, ist Simon ein angenehmer Gastgeber oder er nicht? Ihr könnt tun, oder? Ja, er ist ein super Gastgeber, ihr tun, super. Ja, macht den Kamin. Das ist ja der Ton, alles tun, alles, alles, super. Super, super. Wir können nicht die Wahrheit erzählen. Nee, wir können nicht die Wahrheit erzählen, das ist viel zu schlimm. Okay, ich hoffe, du kannst es dann rausgehen. Ja, das kann ich alles raus. Simon ist so ein schlechter Mensch, ne? So, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, und zwar fragt die liebe LalaXD1, at TROBO, hey, at NICHT Nilo, wie habt ihr euch kennengelernt? Hashtag TRIBO. Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr lustige Geschichte, und zwar ist das Ganze über W.O.W. passiert, ähm, genauso wie wir den lieben Simon auch über W.O.W. kennengelernt haben. Ähm, World of Warcraft, mein Freund. World of Warcraft, genau. Habe ich auch so den Nilo kennengelernt, und, äh, du kannst dir mal erzählen, wie das so von deiner Sicht aus war. Ja, Simon kenn ich halt schon ein bisschen länger, auch durch W.O.W., also ich kenn das so YouTube und so, aber durch W.O.W. hat man so einen besseren Kontakt geknüpft, man konnte eher schreiben und so, und damals hab ich auch den TROBO kennengelernt, weil der dann irgendwie von Simon auch kam, und, ähm, so haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Eigentlich haben wir uns drei, also wir drei, die Group, haben uns eigentlich komplett durch W.O.W. kennengelernt. Eigentlich ziemlich witzig so, und, äh, ja, also wir haben uns durch W.O.W. kennengelernt, tolles Spiel, da kann man gute Freundschaften knüpfen und so, und, äh, ja, das war auch die Geschichte, yeah. 12.90, günstig. Ha! Gingstig, günstig, du hast mich gebunden. So, dann kommen wir noch zur nächsten Frage, gell? Von der XXGiara, XX, hat sie gefragt, at robo-at-nichtilo, Hashtag TRILO. Und seit ihr dieses Jahr auf der Gamescom, wie auch letztes Jahr und vorletztes Jahr, wo ich da war, werden wir auch, denke ich mal, dieses Jahr auf der Gamescom sein, das ist sehr viel geplant, wir werden auf jeden Fall jetzt öfters in Köln sein, was das Ganze auf sich hat, werden wir noch nicht verraten, Leute, das sind so ein paar Theorien, die schon rauskommen, wir stimmen noch zu niemandem was zu, denn noch niemand weiß das, also wenn Leute sagen, ey, ich weiß das was die vorhaben, das stimmt nicht, meine Freunde, also niemand weiß das eigentlich, und da ist so ein paar Sachen geplant, das hat auch was mit der Gamescom zu tun, also Gamescom werden wir auch so eigentlich 100% da sein, also ich würde auf jeden Fall das und du auch. Ja, ich werde auch auf jeden Fall auf der Gamescom sein, und ich denke, dass es dieses Jahr richtig, richtig geil werden wird mit euch, ihr könnt ja mal reinschreiben, wer von euch ist dieses Jahr ebenfalls auf der Gamescom, vielleicht sieht man sich ja, und würde mich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich freuen, und ich denke, dich auch. Ja. Ne, dich nicht? Ne, ne, ich. Tritt die Leute ins Gesicht, ey, ich tritt dich. Und zwar kommt die nächste Frage vom lieben Jan Rüssig, und er schreibt, hast du dich schon an deinen neuen Kanal gewöhnt, und wie fühlst du dich jetzt im Moment mit dem Kanal. Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank, Leute, für eure tolle Unterstützung. Wir haben jetzt mittlerweile schon 14.000 Abonnenten erreicht in kurzer Zeit, und das hätte ich mir nie, nie, niemals erträumen können. Also ohne Witz, Leute, das Ganze gibt mir nochmal so viel Motivation und all geilen Kommentare, und ja, einfach erstmal Dankeschön dafür. Und jetzt zur Frage, ja, für die Leute, die es noch nicht wussten, ich hatte davor schon einen Kanal, und zwar Boomstorgy, für die Leute, die den kannten, und vielleicht, weil ich irgendwie immer oft lese, du siehst aus wie Boomstorgy, ja, ich bin Boomstorgy, jetzt ist es öffentlich, ähm, ja, ich muss sagen, ich hab mich relativ schnell an den Namen gewöhnt, du auch? Also, ich weiß nicht, jetzt am Anfang das ist ein bisschen kompliziert so, ich weiß nicht immer Boomstorgy und so, aber auf jeden Fall, Drobo ist ein richtig heftiger Name, schalt's in den Kommentar, Leute, lass mal Daumen nach oben, wenn ihr es genau seht, Drobo ist einfach ein richtig heftiger Name, und das ist einfach, Leute, es ist einfach so, und ich glaub, dir alle in die Kommentare schreiben, typisch Drobo. Typisch Drobo. So, und die letzte Frage, die offiziell ist heute, mein lieben Mr. Mori, hallo, schönen Grüß an dich, ähm, atrobo, atnichtnilo, wieso seid ihr so Kacke? Hashtag Trilo. Das Ding ist, äh, Herr Mori, ähm, ich muss jeden Tag mindestens Gramm aufs Klo scheißen. Und das ist so richtig schlimm bei Simon, ich muss irgendwie jeden Tag dreimal kacken gehen. Das ist so richtig schlimm, das ist so, Leute, das ist der vegane Lifestyle, irgendwie. Das ist der vegane Lifestyle, ich kann, ich mag mindestens drei Mal am Tag fünf Kilo, und deswegen sind wir so scheiße, weil irgendwann besteht mein Körper einfach aus purer Kacke. Allgemein schon, mein Hirn ist schon im Arsch, ja, und deswegen kommt auch noch die Produktion, wird auch nochmal richtig scheiße. Also, na, natürlich nicht, also... Dankeschön für diese Tole-Information. Also, Mr. Mori, danke für das Kompliment, ich weiß nicht, was du schätzt oder wir, und, äh, ja, danke für auf jeden Fall die Fragen. Danke, 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 und ja, jetzt möchten wir einfach nochmal ganz kurz, ähm, ansprechen, was es jetzt einfach mit der Sache auf sich hat, äh, über die wir die ganze Zeit reden. Eins vorab, wir können noch nicht erzählen, um was es jetzt geht. Für die Leute, die jetzt denken, jetzt wird alles enthüllt, nein, die Enthüllung, kann ich euch ganz kurz sagen, wird nicht auf irgendeinem Kanal stattfinden, jetzt denkt ihr so, ja, auf den Kanal müsste ich jetzt schauen. Drobo und ich, wir machen vieles noch zusammen, natürlich auch Simon und auch Rebi und so, aber es betrifft uns beide, wollte ich mal sagen, und es wird auch bei uns beiden kommen, das Video dazu, was dann das alles enthüllen wird. Manche haben schon gesagt, Longboard-Tour, manche haben gesagt, eine Weltreise, hm, möglich, möglich, es wird auf jeden Fall sehr viel verändern, Leute, nicht nur bei uns, auch für euch, denke ich mal, alles von Positiven, aber es wird auf jeden Fall bei uns beiden kommen, wir müssen euch gar keine Sorgen machen, es wird dann wirklich öffentlich für euch da sein, immer schön in der Abo-Box campen, Leute, Kanal abonnieren, auch den lieben Drobo natürlich hier, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt bei ihm hier und damit ihr auf jeden Fall alles noch mitbekommen, das wird richtig geil, Leute, wirklich, wir versprechen nicht so viel, es wird einfach nur geil. Okay, Thomas. Ja, und mit diesem tollen Röpstar, würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt auch einfach mal schon von euch heute. Gaming-Videos kommen bald, das wollte ich eben auch noch ganz kurz sagen, Gaming-Videos kommen bald, das Problem ist, wir hatten bis heute noch keinen PC hier und da müssen wir jetzt erst alles runterladen, dass alles läuft und so weiter und so fort. Nilo bleibt jetzt noch bis Sonntag hier und... Ich glaube, es gibt auch noch zu sehen, also... Also schaut einfach mal bei ihm vorbei, wenn ihr da wissen wollt, wie es bei ihm weitergeht und ich würde einfach mal sagen, Leute, lasst ein Däumelein nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr dieses Jahr auf der Gamescom seid, weil ich habe ihr mal, glaube ich, in einem Livestream gesagt, jeder, der Nilo abonniert, kriegt von mir einen Keks. Und ich sage euch, Leute, ihr bekommt alle diesen Keks, wenn ihr mir vorweisen könnt, dass ihr Nilo abonniert habt. So, das war's eigentlich. Und ja, Nilo, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja jaja! Das ist Ficine im Uffs. Kameramit! Ok tschüss, leider tschüss!